Musik So, die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Markus Krebs, bin geboren am 26.07.1945 und als ich so drei Jahre alt war, haben meine Eltern sich ganz schön Sorgen um mich gemacht. Aber ich habe noch nicht ein Wort gesprochen. Und da hat meine Mutter gekocht, da habe ich gesagt, Mama, die Nudeln sind matschig. Und meine Mutter war total aufgeregt. Ich sage, hör mal, du kannst ja doch sprechen. Warum hast du ja bisher nichts gesagt? Ja, bisher war alles in Ordnung, ne? Ich lese wieder aus meinem Buch, heute das Kapitel Scheiße ist, wenn Furz was wiegt. Ich bin schon froh, dass Karneval wieder los ist. Ich bin ja zum Umzug eingeladen worden. Ich war der Einzelne, der war verkleidet, alle anderen haben Kisten geschleppt. Ich werde wieder Karneval in meiner Stammkneipe in Duisburg feiern. Ich sage mal so, viele sind da drin, die haben vom Gesicht der ganze Jahr Halloween eigentlich. Ja, da kamen schon Frauen rein, da habe ich gesagt, wer ist er? Du kommst da rein, da sitzt Dieter vorne, immer mit dem Kopf auf der Theke. Da sagst du, ist der voll oder magnetisch? Und dann stellt ihr dir Fragen. Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Ich sage, Max, nee, der andere. Das ist ein Typ, Haare bis zur Hüfte fangen aber erst auf dem Schulterblatt an. Hat sich hier oben, auf dem Oberarm, hat er sich ein halbes Hähnchen tätowieren lassen. Und unten drunter einen Teller für die Knochen. Also hat richtig an... Aber ein sportlicher Typ. Ich habe mich mal gefragt, wie viele Liegestützen kannst du? Sagt ja alle. Es heißt, er wäre mit seinem Geschlechtsteil mal im Guinness-Buch der Rekorde gewesen. Wurde dann aber aus der Buchhandlung geschmissen. Ich weiß, ich weiß. Die können euch untereinander erklären, ist gar kein Thema. Wenn es Fragen sind. Das Einzige, was den wirklich gut konnte, der konnte gut Witz erzählen. Gerade diese kurzen. Da ist zum Beispiel jemand, der schellt an eine Tür an. Die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür. Sagt da, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Und da schellt einer an eine Tür, wird aufgemacht und sagt, guten Abend, wir sammeln es für städtische Kinderheimen. Kleinen Moment bitte, Kevin, Justin, kommt ihr mal. Die hat der drauf. Da kommt ein Pinguin, kommt zum Fotografen und sagt, ich hätte gern Passbilder. Sagt der Fotograf, ja schwarz-weiß oder Farbe? Oder, was sagt ein Schizophrener namens Sex? Na, wer war ich? Das ist ein Typ, der hat seine Frau bei uns in der Kneipe kennengelernt. Hat sie am ersten Tag ins Kino eingeladen und am Film auch wieder abgeholt. Wir haben immer gedacht, der findet keine Freundin, weil der hat eine Bude, so was hast du noch nicht gesehen. Der hat eine Katze. Jetzt hat der keinen Bock gehabt, das Katzenklo zu machen. Er hat immer nur nachgekippt. Da komm ich rein, begrüßt mich mit einer Katze auf 1,80 Höhe. Dann gucke ich in sein Schlafzimmer. Etagenbett. Vorne Panini-Aufkleber drauf, da war der Matthias Neugladbach. Ich sag, was ist das denn Etagenbett? Ja, ihr könnt ja mal eine kennenlernen. Ich sag, dann ist Etagenbett geil. Hat dann geheiratet. Er war nur einmal in der Kirche und hat einen Falschparker ausrufen lassen. Er hat auch das Hochzeitsvideo immer gern rückwärts geguckt, wenn er den Ring wieder abnimmt und geht wieder in die Kneipe zurück. Aber das ist eine Frau, das ist eine Frau. Sie hat gesagt, sie hat sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Ja, und ihr passt. Ich hab sie gefragt, ganz ehrlich, wie viel wiegst du? Sag ich nicht. Ich sag, kommen die ersten drei Zahlen. Weißt du noch, ne, ne, ne. Aber lecker, Schatz. Sie hatte sehr viel Holz vor der Hütte, aber durch den Bauch sah das Holz gestapelt aus. Weißt du nicht. Und die Frau, die hat einen am Helm, die ist ja immer mal vor der Schleuse geschwommen oder was. Ich weiß nicht, pass auf. Da sagt sie zu ihrem Mann, Schatz, wir heißen noch mal Gebäude, die geschützt werden müssen. Er so, denk mal. Sagst du, mach ich, komm nicht drauf. Jetzt haben sie Nachwuchs bekommen. Ja. Und er sagt, Markus, ich komm in das Zimmer rein, die verschrumpelten Ärmchen. Ja, das zerknautsche Gesicht, die verklebten Haare. Ja, und daneben das Baby, ne, das war hart. Ich hab ihn gefragt, Junge oder Mädchen, sagt er, ja sicher. Aber die haben sich jetzt getrennt. Er kam nach Hause und hat sie in flagranti erwischt. Er kam ins Schlafzimmer und sie war gerade mit jemand anders da, hier, für Erwachsene. Und da sagt er, was geht hier vor? Und der Typ, deine Uhr. Und sie sagt ihm, Schatz, ich kann dir alles erklären. Ja, dann erklär mal abseits. Ich hab ihn schon etwas länger nicht mehr gesehen, aber was mir immer in Erinnerung bleiben wird, sind seine Witze. Und deswegen mach ich die Top 3 seiner Lieblingswitze. Pass auf, Frau geht arbeiten, Mann bleibt zu Hause, wir kennen das. Ich wollte keine Unruhe reinmengen, aber bevor die Frau aber arbeiten geht, sagst du zu dem Mann, denk dran, dass du mit dem Hund noch rausgehst. Der Mann, ja, ja, kennen wir auch. Frau geht arbeiten, Mann ist zu Hause draußen, findet richtig an zu regnen. Da hat der Mann, da hat der gar keinen Bock drauf. Macht nur die Tür auf, lässt den Hund so raus. Der Hund kommt 20 Minuten später wieder rein, hat ein Kaninchen im Maul. Sagt er, oh, das ist doch Kaninchen unserer Nachbarn. Macht das sauber, geht rüber, legt das in den Stall. Am nächsten Morgen, Frau und Mann sitzen zusammen beim Frühstück, sagt die Frau, hast du gehört, was Gruseliges unseren Nachbarn passiert ist? Er so, nein, erzähl mal. Sagt sie, das Kaninchen lag tot im Stall. Er so, nein, wie gruselig. Sagt sie, ja, gruselig, weil die haben das einen Tag vorher beerdigt. Ich finde den auch gut. Pass auf. Platz zwei. Typ sitzt in der Kneipe, kommt so ein kleines weißes Pferd vorbeigerannt. Er denkt, was war das denn? Denkt, hat sich verguckt, kommt das kleine weiße Pferd wieder vorbeigerannt. Sagt er zum Wirt, hör mal, was soll das denn hier mit dem kleinen weißen Pferd, was soll das? Sagt der Wirt, hör bloß auf, geh mal unten bei uns im Bierkeller. Hinterm Gurkenfass, da sitzt eine Fee. Wünsch dir was weiße Bescheid. Der geht runter, kommt 20 Minuten später wieder hoch, hat eine Melone unterm Arm. Und hinter ihm läuft ein kleines Schwein. Da sagt der zu Wirt, hör mal, kann das sein, dass die mich da unten nicht versteht? Ich wollte eine Million in kleinen Scheinen. Warte, warte. Ich könnte hier schon abbrechen, pass auf. Da sagt der Wirt, glaubt ihr, ich habe mir einen 30 Zentimeter langen Schimmel gewünscht? Oder was? Ja. So, und jetzt kommen wir zu Platz 1. Drei Männer stehen vor der Himmelspforte. Petrus kommt raus. Jungs, ich habe zu. Ich mache heute gar nichts. Sagt einer, ja, aber hey Petrus, wir sind tot. Sagt Petrus, interessiert mich nicht. Pass auf, wenn ihr eine lustige Geschichte habt, wie ihr gestorben seid, dann lasse ich euch rein. Der Erste fängt an, sagt, ja, wisst ihr, bei mir ist es so, ich bin Anwalt und ich arbeite jeden Abend bis 8 Uhr. Jetzt habe ich um 7 Uhr schon Feierabend gemacht, weil ich meiner Frau nicht traue, bin schon um 7 Uhr nach Hause. Und wir wohnen im 7. Stock in einem Hochhaus. Und ich habe die Treppe genommen, gar nicht den Aufzug, die soll gar nicht mitkriegen, dass ich komme. Und ich komme so in die Tür rein, da sitzt sie nackt im Bett, hat die für mich noch nie gemacht. Ich habe die ganze Bude abgesucht, ich finde keinen, ich soll halt so eine Krawatte. Gehe auf den Balkon, will mir eine rauchen und da hängt bei uns einer an der Brüstung. Ich ziehe den Schuh aus, hau den auf den Finger, der fliegt runter, wird aber durch die Bäume aufgefangen und überlebt. Jetzt habe ich so einen Kühlschrank bei mir auf den Balkon. Ich den Kühlschrank hochgewuchtet, schmeiße den hinterher, bleibe aber mit dem Bein im Kabel hängen, fliege mit runter. Jetzt bin ich hier. Ich sage Petrus, der Junge, geil, geh durch, klasse. Frag den zweiten, was ist mit dir? Ja, wissen Sie, ich bin Fensterputzer. Und ich habe da in so einem 8. Stock in einem Hochhaus die Fenster geputzt, habe mir da angeguckt, was ich da gemacht habe. Fall hinten über die Brüstung, kann mich aber im 7. Stock gerade noch so festhalten. Da kommt so ein Vollidiot und hau ihn mir mit den Schuhen auf den Finger. Ich fall runter, wird aber durch die Bäume aufgefahren und überlebe. Und wie Gottdank, da kommt ein Kühlschrank, klatsch. Das ist wie hier. Ja, Petrus, der Junge, geh durch, klasse. Frag den letzten, was ist mit dir? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber wissen Sie, ich saß da nackt in dem Kühlschrank. Ja, mein Herr Markus, du siehst es. Dein Düsseldorfer Publikum liegt dir wieder zu Füßen. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, im nächsten Jahr sehen wir uns hier auf der Bühne wieder. Wir bedanken uns bei Markus Krebs mit 3x Düsseldorf. Markus Krebs, komm mit ihr, Düsseldorfer Karneval. Danke, tschüss Markus. Danke, tschüss Markus. kinder. Untertitelung des ZDF, 2020